Dem Schriftsteller, den ich jetzt auf dem blauen Sofa begrüße, eilt der feine Ruf voraus, ein Literaturberserker zu sein. Er wird auch gerne der Promillepoet genannt oder Charles Bukowski von Brenzlauer Berg. Er hat 2010 für sein Buch Rabenliebe den Ingeborg-Bachmann-Preis bekommen. Gerade ist sein neuer Roman erschienen, der heißt Schluckspecht. Die Vorfreude ist riesig. Herzlich willkommen, Peter Wawertzinek. Hallo. Tag, Tag, Tag. Peter, wie finden Sie solche Bezeichnungen? Ja, das ging bei mir alles mit Anfang Teribel los. Da wusste ich gar nicht, was Erfahrung ist und Teribel und wie man das ausspricht. Aber ich war dann schon gleich in so einer Schublade drin. Stehgreif, Poet, Promille, Dichter. Das ging ja auch in etwa in die Richtung, wie ich auch gelebt habe. Ich habe das ja auch richtig gelebt. Ich wollte auch aus dem Stehgreif bei Partys, die drohten, langweilig zu werden, etwas schöpfen und dann mich in den Mittelpunkt rücken. Promille-Autor ist nicht ganz so richtig, weil man unter Promille gar nicht schreiben kann. Also man kann sich unter Promille mit einstudierten Texten, mit einstudierten Gedichten, Liedern, Songs ganz schön bewegen. Aber der direkte Poet, der jetzt schreibt unter Einfluss oder Allfluss von Einkohol oder Einfluss von Alkohol, der ist nicht so denkbar, wie sich das Leute vorstellen. Sie merken also schon, das Hauptthema auch dieses Buches ist Alkohol. Es ist die Beschreibung eigentlich einer Liebe zum Alkohol, die ganz früh beginnt, nämlich in der Kindheit des Ich-Erzählers und die sich dann langsam steigert und eigentlich immer dramatischer wird. Zwei Protagonisten hat Ihr Buch, das ist einmal der Alkohol und zum anderen Tante Luzi. Ja. Wie hängen die beiden zusammen? Also ich wollte jetzt sagen, das ist ein schöner Zufall, dass hier auch eine Luzi gerade sitzt. Also ich hatte eine richtige Tante, Luzi. Tante Luzi aus Kirchberg bei Zwickau. Das ist Erzgebirge. Und das war eine quietschvergnügte Tante im Pettigrew-Kleid mit so richtig großen Punkten. Und die kam immer zu Besuch in den Sommerferien an die Ostsee und hat richtig Stimmung in die Bude gebracht. Also auch meine Lieblingstante, weil Tante war sonst immer etwas mit älteren, zugeknöpften Wesen verbunden. Und dann hat es mir sehr leid getan, dass die damals dann sehr jung gestorben ist. Also sie war noch nicht mal knapp über 40 und es sprach sich so langsam rum, dass sie an Alkohol... Und das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, so ein quietschvergnügtes junges Mädchen, also zu der ich aufgeschaut habe, die allmöglichen Spaß hatte am Leben, auch am Strand, dass die jetzt plötzlich nicht mehr da sein soll. Und richtig, das war die emotionale Luzi aus Kirchberg. Und dann habe ich in Wewitzfleet gegenüber von dem Dichterhaus, wo ich Stipendiat war, Frau Kain kennengelernt oder eben im Stipendiatenhaus Frau Kain kennengelernt, die der Haushälterin war. Und irgendwann kam ich auf die Idee, diese reale Person zu nehmen und die andere Tante, die ich hatte, die zusammenzubringen. Und dann war Tante Luzi eigentlich geboren. Und ich hatte dann wirklich einen spaßigen, heiteren Anfang mit einer wirklich kräftigen Person. Die Pflegemutter ist im Buch, muss man sagen. Die Tante Luzi ist die Pflegemutter, bei der der Ich-Erzähler aufwächst. Tante Luzi und Onkel Onkel. Das ist das Pflegeelternpaar für den Ich-Erzähler, der keine Eltern hat, beziehungsweise die Eltern im Buch waren Schauspieler und waren dauernd unterwegs, haben das Kind abgegeben. Zu Wewitzfleet kommen wir gleich nochmal, da kommen wir später drauf. Diese Pflegemutter warnt einerseits den Ich-Erzähler, indem sie sagt, wer hat bloß kein Schluckspecht. Andererseits ist sie aber auch die erste Verführerin eigentlich, weil das Kind an ihren Rumtöpfen schnüffelt. Wie war der Beginn dieser Säufer-Karriere? Ja, das geht ja alles ganz heiter los. Das sind diese Warnungen, die man ständig kriegt, dass man davon nicht zu früh trinken soll, dass man das und das sich nicht verführen lassen soll, dass man das und das ablehnen soll, dass das dumm macht. Bei Tante Luzi war das eben auch so, dass da richtig gewarnt wird, angeblich vorbildhaft, ich trinke ja immer nur Weihnachten ein Likör, nur zu besonderen Anlässen. Auf der anderen Seite wurde in der ländlichen Gegend, wo ich aufgewachsen bin, dann in Adoptionsverhältnis, sehr viel Eierlikör gemacht, Bowle, verschiedene Brände. Und die wurden dann im Keller gelagert und zu immer sich wiederholenden Festen wieder rausgeholt, dann wurde eben die Erdbeerbowle gemacht und dann wurde eben der Rumtopf rausgeholt. Und ich wurde dann immer rechtzeitig weggeschickt aufs Zimmer und wenn dann die Partys zu Ende waren, blieben immer Riesenscharen von Neigen übrig und alle schliefen hier raus aus. Und ich konnte dann zwischen Keller, wo das Zeug gelagert war und den Party-Resträumen dort Kosten ungestört. Und habe mich dann also wirklich sehr schnell von den Likören, Eierlikören und Kirschlikören und Mosten und, also sagen wir mal, schwarze Johannabeere, also sehr schnell verliebt in Zeugs, dem man es gar nicht so angemerkt hat, dass da doch Alkohol drin ist. Also Kirschwein, Johannisbeerwein, schwarzer Johannisbeerwein, das sind schon, Brombeere kommt auch noch dazu, das sind schon Weine, wo du nicht merkst, wo du nicht merkst, dass da schon 11 bis 15 Prozent drin sein können. Also bei Apfel, Birne, Rhabarber, da merkt man es sehr schnell auch schon am Geschmack. Und das hat sehr schnell dazu geführt. Ich glaube auch, dass ich irgendwie da so in diesen Rauschzuständen auch schnell Freunde gefunden habe, Fantasie gefunden habe und so. Auch alleine sein, nicht mehr ganz Herr seiner Sinne zu werden, das war alles ganz schön. Wenn Sie jetzt sagen, ich, dann sprechen Sie von sich als Autor. Der Ich-Erzähler ist verdammt nah dran an diesem Autor. Kann man sagen, dass das Buch, ähnlich wie Ihr erstes Buch, Rahmenliebe, eigentlich komplett autobiografisch ist? Die Sachen, die da Ich genannt werden, sind auch immer Erlebnisse. Ich war ja immer der Meinung, das ist so 1995 losgegangen mit mir, dass ich das Kind, das Ich war, einfach Ich gesagt habe. Dann habe ich das teilweise mit Babylon und mit anderen Büchern verlassen, bin dann aber wieder zurückgekehrt zum Ich und bin jetzt neuerdings der Meinung, dass das, wenn ich jetzt noch 85 werde, 72 oder so, dass ich noch ein paar Bücher Zeit habe, diesen Riesenkosmos, der ich selber bin, noch mal von irgendeiner Seite her aus irgendeiner Himmelsrichtung noch mal als Ich-Person anzugehen. Da ist noch nicht alles gesagt worden, aber ich kann nur über mich reden, weil ich halte mich für so groß, so vielfältig wie ein halbes chinesisches Reich. Und ich glaube, ich muss nie wieder auf solche Versatzstücke wie er und Sie oder irgendetwas Unpersönliches kommen, um irgendwas auszusagen. Das sind aber natürlich auch sehr selbstentlösende Bücher, die Sie schreiben. Sie machen sich da sehr ehrlich, Sie beschreiben Abgründe, Abstürze, Exzesse. Fällt Ihnen das gar nicht schwer? Also ist das eine Überwindung oder nicht? Naja, ich meine, die Leute, die jetzt das lesen oder so, die machen ja keinen Gebrauch davon. Aber also bei Rabenliebe zum Beispiel sind bestimmt 20 Situationen beschrieben, womit man mich persönlich ärgern oder so weit bringen kann, dass ich ausflippe, ausraste oder sowas. Also zum Beispiel die hintere Nackenfront zu beatmen, also dem nahe zu kommen, keinen Kuss drauf zu drücken, sondern nur eine gewisse Luft. Das habe ich noch von der Adoptivmutter, die mir Schönschrift beigebracht hat, die ständig in meinem Nacken war. Und es geht auch bei diesen Ich-Erzähler, das ist ja die Lüge dann, geht es nicht darum, dass man Ich sagt und sich nicht entblößt. Und entblödet auch, alles über sich bekannt zu machen. Das Tolle ist, dass die Leute meist keinen Gebrauch davon machen. Aber bei so einem Suff-Erfahrungsbuch reicht es ja gar nicht aus, hinter spanischen Wänden und hinter irgendwelchen Verstecken da zu argumentieren. Da muss man sich schon nackig machen und sagen, es ist mir zugestoßen, bin ich so reingeschlittert und habe dann eben halt so um die 50 rum noch die Kurve gekriegt. Ich will ja auch, auch bei Rabenliebe war das schon, ich will ja nicht der arme Peter sein oder sowas, hat der durchgemacht, sondern ich will immer so ein bisschen auch den Mut bei anderen rauskitzeln oder Sprachrohr sein. Das ist auch alles noch zu viel. Aber ich habe das bei Rabenliebe erlebt, dass Leute gesagt haben, okay, ich habe da auch irgendwie ein Problem, ich habe da auch Gerüchte immer um mich rum gehabt und ich gehe dem Ganzen jetzt mal nach, weil ich vermute, dass mein Vater gar nicht mein Vater ist. Ja, vielleicht muss man das ganz kurz nochmal sagen, für die, die Rabenliebe nicht kennen, das Buch ist die Suche nach ihrer wirklichen Mutter. Sie wurden mit zwei Jahren von ihrer Mutter verlassen, die ging in den Osten, hat sie und ihre Schwester allein in der Wohnung zurückgelassen. Sie wurden halb verhungert dann aufgefunden, zu Pflegeeltern und ins Heim gegeben. Und sie haben dann irgendwann, sehr viel später, angefangen, ihre wirkliche Mutter zu suchen, haben diese Mutter auch gefunden und dabei eigentlich nochmal verloren, könnte man sagen. Ja. Oder? Und das war, glaube ich, der erste große Komplex, dem ich mir vorgenommen habe, mich zu widmen. Also der zweite war ja die Sucht und der dritte ist bestimmt mangelnde Liebesfähigkeit, die ich mir selber attestiere. Ja. Dass ich in besonderen Situationen nicht mutig genug war, einer Frau hinterherzulaufen oder die Situation zu verstehen als auf mich bezogene, die Verwunderung darüber, dass ich Vater von vier Kindern bin und eigentlich doch ein sehr zurückhaltender, also wie das alles so zu gehen, Familie, Sex, Karriere. Das heißt, das ist dann das nächste Buch, was wir haben. Und das würde dann nach dem das dritte Vogelbuch sein. Also wir sind jetzt in der Mitte angekommen, ja, und dann habe ich vielleicht so eine Triologie der inneren Qualen irgendwie dann zusammen. Wie hängt denn die Suche und die Sucht zusammen? Wie viel Sucht steckt in der Suche und wie wird die Suche zur Sucht? Also es ist ja, beim Schreiben bin ich mehr dazu gekommen, dass das Finden, sich einfinden, vorfinden, zurechtfinden, etwas zu befinden, besser ist als jemanden zu besuchen oder irgendwas zu suchen. Also ich habe immer das mit den Pilzen, also dass Pilzesucher, ja, Pilzesucher genannt werden. Aber im Prinzip sind doch die, wenn man was findet, die Erregung. Und Sucht und Suche hängt genauso zusammen, dass man sich nicht richtig platziert findet, dass man sich nicht richtig reinfindet in die Gesellschaft, in Freundeskreise, dass man sich ausgestoßen und beiseite fühlt. Und das sucht man dann zu besänftigen. Und da gibt es in der Entwicklung der Menschheit genügend Stoffe, sich da wieder in andere Imaginationen hineinzusteigern. Und Alkohol ist ja noch die geringste davon. Drogen, richtige Drogen ist ja dann doch noch ein Zahnschärfer, weil da durchaus ein viel schnelleres Ende, also ich habe ja auch in den letzten Zeiten immer Angst gehabt, dass ich viel zu früh sterbe, ich hätte das jetzt Tante Lucy, also Frau Kain gewidmet, aber ich hätte das auch jetzt dem großen Schauspieler Philipp Hofmann gewidmet. Ja, also die Angst, daran zu sterben, die stand da schon immer dahinter auch. Ja, es war mir sofort klar, als ich die Nachricht von seinem Tod gehört habe, dass das so ein Fall ist, wie es mir hätte auch passieren können, dass man es dann nicht mehr in Kontrolle hat. Dass es ihnen nicht passiert ist, damit hat dieses Literaturstipendium zu tun, das sie gerade angedeutet haben. Ein Freund hat ihnen gesagt, bewirb dich doch im Grasshaus in Schleswig-Holstein, das ist ein kleines Dorf, Wefelsfleet, da gibt es ein Haus, in dem Günter Grass 15 Jahre gewohnt hat, in dem Haus hat er den Budd unter anderem geschrieben und dieses Haus hat er der Stadt Berlin zur Verfügung gestellt, für Berliner Autoren. Es gibt ein Stipendium dort und dieses Stipendium hat Peter Wawercinek bekommen, ist nach Wefelsfleet gefahren, das war 2003 und hat in diesem Dichterhaus von seinem Fenster aus auf eine Trinkerheilanstalt geschaut. Peter, so war es. Und das war eigentlich der Beginn nicht nur einer wunderbaren Freundschaft, sondern auch der Beginn einer Rettung. Wie kamen diese beiden Welten zusammen, der Dichter und der Leiter der Trinkerheilanstalt? Also der Leiter der Trinkerheilanstalt hat schon immer auch die Literaten und Stipendiaten beobachtet und hatte auch schon Nachricht gekriegt, dass da jetzt einer ist, der ist so ganz anders, der ist auffällig, der ist nicht so, benimmt sich nicht so, wie Schriftsteller sich sonst auch angehende Schriftsteller bewegen und ist so ein kumpelhafter Typ und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich müsste da mal rübergehen, weil ich schon wiederum gehört habe, das ist eine private Trinkerheilanstalt, also der macht das auf seinem Buckel und der hat verschiedene Autoren schon gern gehabt, die ich auch mag und dann sind wir beide zeitgleich, es ist utopisch, aus der Tür getreten, haben uns auf der Mitte der Straße getroffen, so gemacht, gib mir fünf und dann noch diesen affigen Satz gehabt, gehen wir erst zu dir oder gehen wir zu mir, ja und dann sind wir zu ihm gegangen und das war von vornherein, auch weil er ist ein 68er und dann habe ich rausgekriegt, der arbeitet mit Rückfällen, der will gar nicht wie Synanon oder andere knallhart trocken setzen und dann musste sieben, acht Jahre trocken bleiben und, sondern der will reduzieren, also jeder soll am Ende sein Maß kennen und es wäre, bei mir war ja so, dass ich bestimmt schon 180, 200 Tage im Jahr besoffen war, also es reicht ja, wenn ich, wie es dann nach fünf Jahren bei mir der Fall war, diese drei Drinks habe, ja. Also Sie sind jetzt ein gemäßigter Trinker sozusagen? Ja, ich bleibe ja Alkoholiker, das ist ja das Fürchterliche, wenn Leute denken, sie sind schon zwölf Jahre trocken, dass sie keine Alkoholiker mehr sind. Alle Rezeptoren, das wird ja im Buch geschrieben, wie sich das aufgebaut hat, die sind ja alle da, das ist ja klar, also wenn ich. Ja, also aus den drei Monaten wurden fünf Jahre, die lieben fünf Jahre in dem Dorf. Ja, ich habe verlängert, genau. Sie haben verlängert, genau, aus dem fast sich zu Todes saufenden Säufer ist ein gemäßigter Trinker geworden und er hat es genau in der Zeit geschafft, sich wieder auf die Piste des Schreibens zu setzen, hat dort dann auch die Rabenliebe geschrieben, mit der er 2010 eben den Bachmann-Preis bekommen hat und so kamen Sie eigentlich zum Schreiben zurück. Zurück, ja. Genau. Was wir jetzt noch unbedingt machen müssen, wovon wir noch gar nicht gesprochen haben, ist Ihre sehr spezielle Sprache, in der Sie diese ganzen Geschichten, von denen wir jetzt gesprochen haben, beschreiben. Am Montag gab es in der Volksbühne in Berlin eine Lesung und da haben Sie im Grunde den ganzen Abend Ihren Text gesungen. Ja. Ja, die Sprache von Ihnen ist unglaublich musikalisch, hat einen wahnsinnigen Rhythmus, ist dynamisch, hat einen Drive und hört sich eigentlich an wie ein einziger Rap ist das. Kann man das so sagen? Ja, das ist aber auch, weil ich unter Einfluss von Musik schreibe. Ich schreibe auch und das soll sich bloß keiner Vorbild nehmen, nur wenn er es auch bewältigt. Ich lasse tonlos im Fernseher laufen, ich höre Musik unter Kopfhörern und ich hätte am liebsten immer noch so eine Bahnhof-Situation, nicht mehr Kinder feiern. Früher hatte ich sogar noch Kindergeburtstage gern gehabt, aber das wird mir mittlerweile zu kreischig. Also da war ich jünger, da war ich auch noch selber Vater von kleineren Kindern, da ging das noch, aber so, weil man dann Sachen aufschnappt, weil man einen gewissen Rhythmus kriegt, das ist für mich ganz gut. Würden Sie uns eine Kostprobe? Ja, ich habe jetzt alles so vernünftige Sachen. Ja, nur so, dass man so ein bisschen den Sound mitbekommt. Müsste ich sogar... Okay. Also, die Tante sagt, dass der Onkel zu viel trinkt, er macht da auch kein Hehl daraus. Er sagt, er erledige die bescheurte Arbeit nur für den Lohn, den er damit verdient und habe dann genügend Geld zur Verfügung, es dafür auszugeben, die Arbeit zu vergessen, was ihm am sichersten mit Saufen gelingt. Man muss im Leben schon schön genügend schlucken, sagt er an Tante Lucy gerichtet, wenn sie ihn angiftet, ihm sei der Alkohol lieber als bitterer Gallensaft und ihr Gezeter und er habe mit den Kollegen genügend geschluckt und die bescheuerte Welt vergessen, sitzt Onkel Onkel dann mitunter betrunken am Küchentisch und sagt nichts weiter als, das letzte Bier war bestimmt schlecht, jemand muss mir was ins Bier getan haben und Tante Lucy nennt Onkel Onkel einen Säufer und der Briefträger nennt ihn einen Trinker und der Briefträger besteht auf die Bezeichnung Trinker. Trinker seien die Professoren, während die Säufer nur schlechte Schüler wären, da gilt es gewissenhaft, in Säufer und Trinker zu unterscheiden, ein Säufer wäre der Onkel Onkel nicht, der ja ein Trinker mit Stil und Würde, Trinker sind für mich keine Säufer und Säufer und Trinker, mir egal, Trinker klingen wie Stinker, Säufer wie Seelenverkäufer, sagt die Tante, Trinker klingen für ihn, wie strahlender Blinker, wetterfester Klinker den Trinker und Säufer trennen Welten, der Trinker verschafft sich Erleichterung, wenn er trinkt, der Säufer ertränke ja nur seine Probleme, der Trinker dagegen steigere heiteren Gemüts in die Abhängigkeit in einen Swimmingpool und schwimme auf dem Alkohol wie ein Papierschiffchen, der Trinker gebe sich dem Wein, wie Casanova dem Flotten, behauptet der Briefträger und Trinker und Säufer, saufen ohne Sinn und Verstand, giftet Tante Luzi, nicht doch Tante hinein. Während der Säufer torkelt und krackelt und auf den Vieren nach Hause kriegt, gerät der Trinker nur in kleine Seenot, fangt bei Sturm und Wind wie ein Boot. Und wenn er lalle, lalalalalala, zwitscherte da auch stets die Nacht, die Nacht, die Galle, die Nacht, die Nacht, die Galle. Also, um das Vokabular, das Trinkvokabular zu sagen, es ist ein Sprachrausch, in dem man sich begibt mit diesem Buch. Wir haben zusammen letzte Woche zusammen gedreht in dem Dorf in Wefelsfleet in Schleswig-Holstein für Aspekte, das kommt nächste Woche, das kann man sehen. Und wir haben dabei eben diesen Eulenhof, auf dem haben wir auch gedreht, diese Trinkerheilanstalt. Und was mich da immer bis heute eigentlich noch beschäftigt, ist diese sehr unorthodoxe Therapie von Dr. Gedig. Jemand, einen Alkoholiker nicht auf völligen Entzug zu setzen, sondern sozusagen dosiert zu trinken, ist ja sehr umstritten bei den Fachleuten. Ist auch gar nicht so häufig. Ist gar nicht so häufig. Wann klappt das und also worauf kommt es an, dass man tatsächlich das lernen kann? Ja, ich war ja auch ein gefundenes Fressen, weil ich ja mindestens zwei Ziele hatte. Also ich wollte in die Stadt wieder zurück, wo ich beinahe ersoffen werde, sagen wir es mal so poetisch. Ich wollte aber auch, es allen Ulk-Menschen, also die jetzt gesagt haben, Wawazinek ist ein Alkoholiker, ist ein Trinker, ist ein Säufer geworden, da kommt nichts mehr. Den wollte ich schon beweisen, dass da wie, ach ich weiß gar nicht wie so, Lottie Huber hat, glaube ich mal gesagt, in dieser alten Zitrone ist noch ganz schön viel Sack. Und das war auch etwas, was mich angereizt hat. Und das andere war, ich hatte wirklich das Ziel, eine Kugel hast du noch, die man so ins Spiel werfen kann. Und das war die Mutter, die Mutterproblematik. Ja. Und ein Ziel, es ist das eine, man muss es wollen. Das ist erstmal Grundlage. Und man muss wissen, dass man Alkoholiker bleibt und dass das durchaus, wenn jemand zu einem Säufer sagt, kein Schimpfwort ist und dass man da sich schon selbst gemeint. Und das andere ist, dass man wirklich ein Ziel haben muss. Also dieses Saft rausdrücken noch, dieses und wenn es eben nur noch drei Jahre sind, die will ich aber noch erleben. Ja. Und das andere war eben, ich wollte zurück, ich bin in einer Kunstwelt herangewachsen in Berlin und da ist eine Ausstellungseröffnung mit nur Wasser, Kaffeetrinkenden und sowas, ist gar nicht vorstellbar. Und ich wollte auch in die Kneipen wieder rein, aber ich wollte mit Ansage reingehen auf meinen Lieblingskneipen zu und sagen, ist jetzt neu, ich trinke jetzt drei Gin Tonic, ich bezahle das jetzt auch gleich. Ich wollte in die Situation reinkommen, wie macht man das, wie kommt man weg? Also polnischen Abgang, sofort abhauen, merken, jetzt ist die Grenze. Ja, man kann hinterher immer noch zahlen oder, aber man bleibt doch nicht länger, um sich dann was zu borgen, also dann säuft es ja weiter. Also Flattermann machen, abhauen, alles das als Einzelfighter zu sagen, das ist die richtige Methode. Wie unkonventionell dieser Eulenhof arbeitet, zeigt sich auch an einer sehr kuriosen Geschichte der Trinkerfalle. Was war das? Trinkerklappe. Trinkerklappe, nicht Falle. Trinkerklappe, genau. Was war das? Ja, wir haben da also in Wewelsflied gleich zum Anfang eine Trinkerklappe installiert, das muss man sich vorstellen als einen durchsichtigen gläsernen Schneewittchensarg mit Musikanlage drin, also mit auch Musik, die man wählen kann, die einen beruhigt und die Familie oder die Ehefrau oder Ehemann, die können ihren Problemfall Alkoholiker dort entsorgen, nach dem Schema Babyklappe. Ja. Es ist bereitgestellt worden, es ist auch einmal genutzt worden und es sind mehr Fotos davon gemacht worden, wie Leute sich da reinlegen, Probeliegen machen, in der Trinkerklappe. Es ist viel drüber geschrieben worden. Es war nicht ganz ernst gemeint, sondern eigentlich mehr eine Auseinandersetzung. Es sollte ein Joke sein. Ein Joke, damit man sich auseinandersetzt, dass es auch andere Methoden gibt. Also der Joke, den haben wir ja schon an, Debe reingeschrieben, haben wir ja dann auch so eine Umblätter, so eine, wie nennt man das, Werbeblätter, dass wir Schubkarren brauchen und mehr Decken und sowas alles. Aber dass das Denken losgeht und dass sich das sehr viele gewünscht haben, dass es sowas gäbe, den Alki, wenn er da besoffen ist, einfach reinzuschmeißen und weg ist er, als Problem, weil das haben viele auch für möglich gehalten, dass es das jetzt gibt. Also man erfährt in dem Buch, wie gesagt, nicht nur die heiteren und lustigen Seiten des Trinkens, was ja in der Kindheit und Jugend geht das alles noch ganz harmlos zu, sondern auch wirklich das völlig am Ende seines Verwahrlosen, das dreckig verdreckt in der Wohnung, im Müll liegen und so weiter. Also diese ganz dramatischen Seiten lernt man auch kennen und man fragt sich eigentlich immer wieder, warum verklären und romantisieren wir so sehr diese Verbindung von Saufen und Dichten? Also der Poet Pukowski, warum haben wir dieses Klischee so gern in der Kultur? Ja, weil die Leute, die das gemacht haben, auch in den Zuständen oder die Zustände erzeugt haben, die sie dann aufgetreten haben. Es war, ich bin ja selber drauf reingefallen. Ich fand das wunderbar, irgendwo hinzukommen, etwas geschrieben zu haben, es vorzulesen, während des Vortrages in Lallen reinzukommen und zu sagen, das ist eine künstlerische Aktion. Oder einfach eine ganze Weinflasche nebenbei wegzutrinken und nach der zweiten zu greifen und die auch noch auszutrinken und dann piepegal wie der Abend zu Ende geht. Ich fand das bei Adolf Endwer gut. Ich habe Harry Rowold, der Stundenlesung gemacht hat und dabei eine Whisky. Ich habe die alle geliebt und ich habe dann immer gemerkt, dass Autoren, die mir lieb waren, auch große Alkoholiker waren. Aber es ist eine Arbeit, die man nicht im Rauschzustand macht. Das ist das, was auch die Leute wissen. Aber du kannst nach außen treten. Du bist auch interessanter, wenn du abstoßend bist. Also es bleiben mehr Leute bei abstoßenden Typen dran, als dass sie jetzt weggehen. Während geschniegelte, saubere Typen, die trinken ja nicht mal was, der raucht ja nicht mal, auch viel mehr abstoßend sind, als jetzt, dass Leute da bleiben. Also dieser smarte Ruch von Trinker zu sein oder Unhaltmensch. Man weiß nicht, am Anfang terrible, wie wir angefangen haben zu reden. Man weiß nicht, wie der Abend zu Ende geht. Schmeißen wir ihn jetzt raus oder machen wir die wilden Ideen mit und wir lassen jetzt. Nach dem Schreiben ist es ja auch schön, die Sau rauszulassen, die Puppen tanzen zu lassen. Das ist ja ein einsamer Job. Das glaubt man ja gar nicht, was ein ernsthafter Schriftsteller allein ist mit sich in der Bude. Wann hat das denn bei Ihnen angefangen oder anders gefragt? Von wem haben Sie die Liebe zu den Reimen, zu den Sprüchen, zu den Liedern, von wem haben Sie das gekriegt? Das ist Maria Stahnke, geboren 1896. Das ist die Großmutter in meiner Adoptionsphase vom 11. bis zum 15. Lebensjahr ganz intensiv zu Samba. Und meine Adoptionsmutter wollte mich allein erziehen. Da sollte die Erfahrene ihre Mutter nicht sich mit reinmischen. Sie hat also Mundverbot gekriegt und wenn irgendwas war, so Lebensfragen wie, das finde ich aber krass, was der Lehrer da und so gemacht hat, hat sie nicht geantwortet. Auch wenn ich Fragen hatte, sondern sie hat angefangen, Gedichte aufzuzählen, also irgendeinen Reim zu sagen, ein Lied zu singen, wo ich nicht unbedingt das gleich verstehen musste, was dahinter ist. Aber sie hat zum Beispiel bei der Frage, ob ich dann noch Geschwister habe, schon das Lied gesungen von den zwei Königskindern, die nicht zusammenfinden konnten. Und dann habe ich rausgekriegt, dass die Schwester in Stralsund ist. Also eine Art Geheimsprache. Und das habe ich in Rabenliebe das erste Mal mit reingenommen, so als Verbeugung vor einer Generation, die die Glocke noch auswendig konnte, vor einer Generation, die mit Gedichten, mit Liedern noch gelebt hat und das auch weiter Wissen mitvermittelt hat. Und von Maria Stahnke. Und ich habe allen auch diesem Buch irgendwie immer angemerkt, dass das ganz gut ist, wenn so Lieder, Reime mit dabei sind, weil die diesen Erzählfluss, den ich habe, diesen unendlichen Erzählfluss, den ich immer habe, das unterbricht den dann auch mal ganz angenehm. Genau. Und wie ihm das zum Beispiel als Kellner im Mitropa-Wagen, wie viel ihm das genützt hat, diese Lieder von zum Beispiel Hans Moser singen zu können, das können Sie nachlesen in dem Buch, das ich Ihnen wirklich sehr empfehlen kann. Vielen Dank, Peter Wawertzinek. Alles Gute und vielen Dank für Ihre Interesse.